Das ist unser Nancy. Hallo Nancy, guten Morgen. Hallo. Heute kriegst du Open Braids. Wir haben schon Deep French in kurzer Länge, 30er Länge und die Farbe weiß ich nicht auswendig, aber 4,30 ist auf jeden Fall dabei und dann gucke ich nachher und dann sagen wir noch dazu ganz genau. Ich freue mich, dass du da bist. Ich auch, dass ich wieder da bin. Okay, so sieht die Nancy aus. Wir haben Farbe 622, Nummer 4 und 12 haben wir genommen. 30er Länge, so sieht das aus und von vorne kannst du einmal machen. Und wie gefällt es dir? Wie immer super. Danke. Wie immer. Ganz klasse. Vielen, vielen Dank und gute Heimfahrt noch. Dankeschön. Leipzig, ja. Leipzig, ja.